hallöchen ihr lieben weiter geht's in einer neuen episode asa und wir stehen natürlich immer noch vor unserer hütte doch mal nicht so die ganze zeit rum ich will gucken was ja davon bei baum ist das ich weiß nicht wie die taschen ja die beintaschen man kennt doch die baumel herum okay das ist meine baumel tasche auf jeden fall stehen wir bei unserer hütte der petri hängt natürlich noch erwartungsgemäß da drin und ich gehe jetzt einen baby para umbringen so schlimm wie das ist aber wir brauchen freien mit das haben wir schon beim letzten mal gesagt und ja jetzt müssen wir uns selbst mario hat irgendwo oben oder keine ahnung wo damit in der mitte oben also direkt am rand von diesem abgrund hier da ist ein baby para gesehen ja der hängt da fest ja die mama hängt fest oder der papa keine ahnung ja und der steht oben drauf ich gucke mir das mal an wir brauchen halt für den petri wirklich was wichtiges anders geht das nicht was willst du machen also los geht's schmissi mein gott das ist ja geht ja voran hier ja gar nicht so so üblich kurz gucken ich muss mal nach dem anderen petri gucken stimmt den hast ja schon umgebobst direkt am rand lang ich habe da mal angst ich runter falle ich muss mal schirme bauen ganz einfach runterfallen passiert nix also ich bin tatsächlich ja wenn du nicht gerade schon angeschlagen das passiert auch nichts sagt so einfach ich bin ja schon zuhause mal oder gefallen also hier ist er nicht noch ein bisschen weiter weg ne ne der ist hier irgendwo warte mal der hängt hier vorne irgendwo fest hier glaube ich oder gundula hat ihn freigeschubst ja moment moment da hängt ein trike fest und ein para und ein baby para steht da oben okay mit symbol an da kann er nicht wegrennen ja ich habe eine bruder das ist natürlich brutal aber das ist brutal einfach nicht hingucken ihr lieben je nachdem welche ansicht ihr bekommt habt ihr da auch wirklich die option ansonsten tut es mir herzlich ich gucke mal was willst du machen naja hart ist das leben es ist halt wirklich so also asa lässt uns einfach keine andere wahl ich hoffe der stirbt bevor der zweite speer hier auch kaputt ist weil ich habe ja okay das ist ja runtergefallen das habe ich mir was so gedacht und da steht auch die mama na warte mal ach ist das blöd ja das ist aua die mama will mich gerade hauen ich muss da mal reinpicksen kurz und ich hoffe die hauen einfach alle ab ja hoffen wir nicht in trike den habe ich jetzt aber gehauen ich warte einfach dass auch der haut durch den boden durch was muss ich komme nicht ans baby und ich bin fast tot das ist jetzt ein bisschen blöder die ecke jetzt ist dieses para baby umsonst gestorben oder was wo ist denn das hingefallen das hängt direkt vom trike schon ein bisschen blöd aber es hängt auch hier ja ich konnte nicht auch so ok es ist schon das ist schon das ist ja macht schon gut ja die anderen können jetzt hier bleiben pech gehabt ist ja auch wirklich eine riesenmenge an prime raus das sollte dann ja auch für beide petris reichen ja locker dann kann man den anderen nämlich auch gleich betäuben den kann ich ja schon mal flach legen ja das kannst du mal machen mein gott du eigentlich der brust genommen dann von der bronte hat mich gerade aufgesammelt mit seinem schwanz das ja aber hast du von die grüne armbrust ja habe ich also die habe ich in der tasche habe ich noch nicht benutzt was ist das denn hallo er hat mich eingesammelt ok hallo ok lass mich runter oh mein gott aber das über den flinst und ja auf einmal runter muss erstmal gucken wo es hier lang geht hat er mich so weit für ihr mitgetragen ich habe das gefühl das gestrückt ist immer noch hoch ich habe eigentlich eingestellt dass ich so sein sollte und es fühlt sich trotzdem noch gut an aber vielleicht täuscht das auch einfach ja wir hatten jetzt wegen der motto nichts eingestellt weil wir gleich direkt im anschluss aufgenommen haben aber wir haben festgestellt die situation andere dinos auf der insel die halt auch lowland weger sind vielleicht ist es einfach zufall dass es wirklich jetzt gerade so viele sind wir wissen es nicht aber ansonsten bei der motto ist alles richtig eingestellt ich habe mal geguckt mal schauen weil da wie es da weitergeht ja wir werden sehen also ein habe ich schon mal ein was petri ich selber hast du eigentlich ich habe ich dann wie gesagt 38 brauchen wir für den sattel so ich habe jetzt 17 pfeile ich hoffe es passt ich muss den vielleicht vorher auch mal wohl dann schlaf einfach schnell ein bitte ach so ja man muss noch drücken leider treffe ich den kopf nicht ja das macht nichts sollte ja trotzdem reichen ja gut aber 145 sollte es eigentlich aushalten also acht mal habe ich jetzt schon drauf geschossen man sieht ja nicht ob es hoch tickt 9 ja ja oder nee er hat sich einfach bewegt oder aus weg kommen wir machen wir weiter ja ich bin ich muss ihm oder noch mal daran bewegt sich da gar nicht weg einfach drauf schießen jetzt ok 2 der petri liegt ja fast außerhalb wird das schon ein bisschen bild hier 306 nicht so toll wie naja bereits nichts ja also es geht ja auch darum dass wir einfach irgendwie mal ein bisschen rumfliegen können müssen jetzt nicht die stärksten sachen transportieren klar dafür sind artis da hier diese rünio gnater und gott ne rünio gnater also die viecher des grauens wenn man albträume haben möchte dann direkt einfach mit seiner rünio gnater einlassen das passt schon kann das fleisch reinpacken weil haben wir bei zwei petris der röchelt aber auch so komisch ja die arten ganz schön schwer also wirklich meine güte klingt auf jeden fall nicht gut das klingt gar nicht gut naja was willst du machen weil ich stelle schon mal hier ein bisschen spark powder her für ja links preserving bin aber schon metallwerkzeug nein noch nicht bleiben sie entspannt ich wollte ja nur dass wir vorankommen ja vorankommen ja das kennen wir ja alles so nicht aber hier so preserving bins und so also brauchen wir das dann auch schon hierhin noch nicht oder habe ich doch schon dabei kostet nicht nach mann nicht sondern weiß was ich mein nein kacke ding nicht preserving hosting bin theoretisch brauchen wir es nicht weil das überhaupt nicht wichtig ist gerade ja weil alles was wir brauchen nack berries finden ja eben so werkzeug ist drin sehr schön und ich lerne auch schon mal das fernglas die achts habe ich sogar schon gelernt ja wirklich wichtige dinge möchte ich noch lernen pio mehr satteln nein wollen noch nicht sending torch kann man lernen eine flergern falls ich verloren gehe wer auch schon koordinaten über eine flergern haben kann da müsste ich ja darauf achten ja fallschirme sehr wichtig winterklamotten die winterklamotten die nehme ich auch noch nicht alle aber ein paar und was wir uns übrigens gefragt haben ihr lieben vielleicht könnt ihr uns da ein bisschen auf die sprünge helfen wir essen das jetzt mit dem haarwachstum wir haben das gefühl unsere haare wachsen halt nicht wir haben ja bei der charaktererstellung nach haften so gewählt und die bleibt jetzt anscheinend die haare wachsen nicht weiter oder es wächst deutlich langsamer ich könnte uns das mal sagen weil wenn wir dann irgendwann meine schere bauen können wir ja nichts abschneiden also mario hat ja gar kein haar ist dann irgendwie ein bisschen blöd ach geil hast gleich dreimal gebaut hast du auch also hast du direkt drei sets in der tasche jetzt nein du sollst jeweils also von dem pickaxe kann sie zwei aussuchen weil die genalten mit relativ schnell abbaust ja ja und von axt brauchst du eins habe ich dann gehe ich jetzt noch mich halt wohl es lohnt sich das ja wenigstens da ist noch mal ein paar baby aber jetzt brauchen wir nichts weiter wir dürfen leben das gewicht dann ruhig war ein paar bären weil dann kann ich mal xp party machen schnellstmöglich ja wir wollen ja hier wieder weg das ist ja wirklich nur so ein übergangs zu hause zu hause ist auch übertrieben das ist ja gar kein zu hause die waren jetzt was auch immer die übergangshüte mehr ist es nicht schon cool wirklich mit dem metallbrocken muss ich sagen also ich mag das dass die halt diese metallstruktur da mit drauf haben das sieht schon nach was aus ist zwar jetzt nicht komplett hoch aufgelöst das muss man auch sagen aber man erkennt sie nur nicht mehr ganz so gut wie früher ja das stimmt von weiter weg erkennt sich nicht mehr so gut du musst halt schon wissen wo die sachen sind oder halt einfach nur spontan drüber fliegen und einfach entdecken aber ich habe mal so sieht ein bisschen realistisch aus ja hallo kleine baby track der 70 guck mal der slow level also es ist schon wirklich gemischt aber warum auch immer bei der letzten aufnahme war es nicht der fall ist jetzt auch nicht so dramatisch für uns wie gesagt dann praktisch mit den petris ein bisschen glück muss man auch mal haben der ist auch nur level 85 hier nur der weiße finden dann halt nur noch so dass 20 rex oder so weit ist die richtig wichtigen tiere kriegen wir nicht in groß was haben wir jetzt hier in der tasche was hat das in seinen taschen dieser ausblick am meer man muss einfach immer wieder ins meer gucken beziehungsweise übers meer und die ganzen bären bauen ja nicht unbedingt ne also aktuell brauchen wir sie nicht ich färbe ja noch nichts wird eigentlich auch zeit aber da kümmere ich mich mal separat rum wenn die burg steht wenn die burg steht soll jetzt mal metall abliefern du kannst alles einsammeln da oben und dann nach hause kommen ja ich habe ja schon gesammelt ich kann nicht alles ich trage der park antragen den habe ich jetzt ja nicht mitgenommen weil ich ja wieder so schlau war ja also gar nicht so einmal so haben die petris essen was haben die essen die petris ja warum nee haben sie nicht der der worte genießen dann sagt es doch einfach wundern die man nicht ja also ich dachte mein ziel und dann an wen ein hübschi ja ist ja nur verhungert weil die level 10 war und weil das aber die ganze zeit die wohnung online waren ja kein vater trof wir wollen eh noch mehr fleisch für gammelfleisch naja kann man ein paar fische zerlegen oder so stimmt fische werden eigentlich eine coole sache aber ich gern mit hallo so fara wo bist du hara komm mit paralyse noch was drin wären ich weiß gar nicht wie viele metallbrocken da oben eigentlich drauf sind einige dann ist da wirklich noch was zu holen ich glaube du kriegst so um die 500 beteil oder so raus glaube ich bin von 600 bis 600 so viel habe ich noch nicht mitgebracht ja wenn du dich alle finden ist auch nicht schlimm du bist jetzt gerade auf bärenjagd ja damit wir hier ein bisschen narkotik machen können also manche der palmen sehen aus ob da blut dran wäre aber vielleicht von den paar babys oder so wirklich die haben halt so ein paar rote spritzer ich glaube das soll wirklich eine blattfärbung sein aber ja es wirkt etwas komisch da sind eigentlich so die nächsten tiere die bei uns auf dem plan stehen grüß gemüse geschlagen immer der gleiche keine ahnung nachschild ist aber ganz cool auch hier ist die die angeschlagene bundula aber für den transport von kristall vielleicht oder so also kristall wäre wirklich geil ich muss ja sagen wir haben ja in unserem stream spiel stand auf dem community server auch schon ferngläser also es hat auch nur eine kleine ewigkeit gedauert man kann schon sagen 15 stunden 16 stunden so in dem dreh oder der sache ich glaube 15 stunden zeit im dritten stream auf jeden fall und die sind schon gold wert was kann man nicht anders sagen endlich kann man sehen was man da so viel dinos ja ohne dass man den direkt in den pokriechen muss da freue ich mich dann ja auch schon drauf aber gut ding will weil ich bin ein bisschen enttäuscht von der insel irgendwie ist kein einhorn da nee das stimmt das wäre halt noch richtig schön gewesen aber nichts ist mein gott ist das spannend hier ja ich meine das kennt ihr doch noch im frühjahr oder es gehört halt dazu die sonne metall war da ich suche dich gerade du bist da vorne ja ich mein farming gehört dazu kann man nicht anders sagen wir können nicht alles gibt und daher genießen wir doch gemeinsam während sammeln metall und stein hier vorne an der klippe rechts lang ist muss aufpassen was auf jeden fall die explorer note und das sind auch noch zwei metallbrocken okay ja ich hoffe einfach ich latsche nicht drüber er die siehst du steht frei die explorer note also ist direkt bei mir hier ich meine haben wir jetzt schon genug für eine party ja wir bräuchten glaube ich noch ein bisschen gammelfleisch mal gucken wie du hast die gundula ja gar nicht umgelegt die rennt ja hier oben noch um die angeschlagenen grundula naja mit die bringt doch auch fleisch ja ich habe sie ja nur versehen nicht dauernd ich wollte ja nicht umbringen ja schon halb tot aus nach der auto petri ist fertig ich hätte nur einmal drauf bauen also tot kann ja nicht ausgesehen haben die saad wirklich fertig aus 15er ankelo den kein kaputt machen mit den ganzen kaputt machen ja so kumpel den kann man natürlich nicht bohlen war klar war eine peik hast du noch gar nicht gebaut ne hab ich mal gelernt war ein bisschen wenig metall da und macht ex macht ex ich mache dem bogen außer mein paar bleibt hier ganz entspannt so an klo komm her und mensch los geht's ich versuche mein glück und ich hoffe ich latsche nirgends rein meine höhe da habe ich glaube ich nebenher noch getroffen seife sich mit seife seife ja beim airdrop drinne wow ach so ja ich müsste mir vielleicht auch mal mein werkzeug mitnehmen das wäre ziemlich cool ja es ist nicht zur dekoration ankelo ist kaputt sehr schön schön mit der spitzhacke zerlatschen ja mache ich er klingt aber auch ein bisschen speziell wenn man den abbaut ja ja da hatte ich gerade spontan ein crash als ich mir doch anschauen wollte wie viel keratin ich jetzt schon vom ankylo im inventar habe acht stück jetzt traue ich mich gar nicht mehr wieder ins inventar zu gucken ab ins inventar ja ich gucke noch mal rein vielleicht triggere ich jetzt ja hier auch noch mal ein absturz mit der maus über keratin und nee stürzt nicht ab sind immer noch acht stück wie aufregend wie aufregend aber weiter geht es wir lassen uns ja davon nicht unterkriegen ich habe jetzt noch die anzeigen hier mit den geteimten tieren ja und wenn ich auf den stein haue wird der charakter so ein bisschen im kopf nach vorne und oben wackeln die symbole am bildrand lang okay blöde weil ich hatte das halt als wir über das meer gefahren sind dass dein name halt da überall mal angezeigt wird darüber auch noch gammelfleisch das gesagt habe ein paar umgelegt mein gott also ich habe auch 84 jetzt noch also noch kein gammelfleisch ist vergammelt jetzt bald wo ich hab mal die symbole gelöscht ja sollte ich vielleicht auch mal machen das nervt wirklich ich weiß gar nicht ob man das deaktivieren kann dass das direkt angezeigt werden getrackt werden wenn man die frisch gezähmt hat beim zähmen ja okay aber danach will ich es halt nicht mehr sehen ja es reicht ja wirklich dann ja keine ahnung falls ihr das wisst sagt mir bescheid kann bestimmt deaktivieren irgendwie ist jetzt nur noch dich das reicht das ist alles was ich brauche oh hallo ich sehe nix bloß nicht in irgendeine explorer node reinlaufen aber hier ist ja gerade gar nicht der abgrund so wir haben jetzt eine 4 reicht das jetzt für einen kamin immer noch nicht was fehlt denn jetzt noch da müssen stein holz und da müssen satch alles hole ich gleich weil der vorteil ist dieser kamin der heizt auf jeden fall besser als ein lagerfeuer und haus wenn es gleich wieder hier weiß ich nicht minus gerade so kommt gerade runter ja die dann ich weiß schon gesehen geil ja ich bleib mal stehen ach es dauert noch dann gehe ich dann wieder hin ich war jetzt sowieso verwirrt hier war sowas wie nebel zu sehen ich dachte was nebelt mir jetzt hier rum aber das war der airdrop da ist der drops wieder mal gelutscht so kamin wird gebaut sehr schön das schön ja weil also nachts ist ja wirklich sehr kalt auf dieser insel ja also generell im spiel ich habe irgendwas in den patch notes gelesen aber von vor ein paar tagen dass da stand sie haben die temperatur auf der insel besser angepasst ja also wenn es besser also ich weiß nicht ob das jetzt schon aktuell ist weil wie gesagt wir hatten ja gestern im stream also am samstag hatten ja auch also wie gesagt minus 15 grad auf der insel das war richtig kalt du kannst ja nicht mehr vor die tür gehen ohne dass du erfrierst oh airdrop airdrop kommt so daumen drücken nicht ganz aufgeregt die sind schon geil also wirklich wie die airdrop aussehen vor allen dingen haben die halt auch so ein bisschen organische strukturen die sehen aus wie die nur haut naja wir gucken mal rein wo es gibt ich kann ihn nicht öffnen ich bin zu klein 35 35 bist du 35 eigentlich 34 hau doch einfach so xp durch bevor der weg ist du kriegst bestimmt irgendwo noch schnell in der will aber bau war es war so ja jetzt wollen wir kriegen mehr bauen können die umflächung muss ich weiß auch nicht was wenn wir kennen wir haben keinen keine rohstoffe aber was man hatte ich baue hier das wollte ich gar nicht kraft ding kommen ihre foundation oder so ich bleibe oben stehen ich habe auch ein level ab geil aber es reicht auch noch nicht da hatte der fahrer level ab sehe ich schon wieder nicht der fahrer war es er könnte meinen hier auch machen der ist doch alt genug ich brauche steine ja halt krieg mal schon ist gerade runtergekommen aber ein bisschen zeit bisschen halten wird da ja fleisch ist auch weit vergammelt sehr schön damit noch ein bisschen holz ich bin vor mir irgendwann mal so ein dodi haben oder so ein anki einfach für die farmaufgaben ja wirklich das wäre richtig gut was müsste jetzt eigentlich reichen für ein level abhoffen nicht werden wir sehen muss schließlich die epics aus dem loot crate holen oder aus dem airdrop nicht aus dem loot crate geil dann kommen sie mal hoch geil dann Untertitelung des ZDF, 2020